Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über den i3 Tiling Window Manager, also das, was man hier sieht. Das Video ist in 720p Auflösung, weil man in der Auflösung einfach besser erkennt, die einzelnen UI-Elemente besser erkennt. Wie man in den anderen Videos vielleicht gesehen hat, bin ich eigentlich Gnome3-User, aber ich habe auch ziemlich lange auf meinem Netbook i3 verwendet, einfach aus dem Grund, dass es auf einem Netbook sehr praktisch ist und dass mein Netbook sehr langsam ist und Gnome3 kann man da halt vergessen. Also wollte ich jetzt einfach mal i3 vorstellen, weil das ist ein sehr praktischer Window Manager. Also erstmal muss ich erklären, was ist überhaupt ein Tiling Window Manager. Und das ist eigentlich recht einfach, während man bei einem normalen Window Manager die Fenster so verschieben kann und die größer verändern und was weiß ich was und man halt so einzelne Fenster hat, die sich dann halt irgendwie überlappen, funktioniert ein Tiling Window Manager anders, nämlich es wird normalerweise der komplette Bildschirm ausgefüllt, indem er immer weiter untergliedert wird, so zum Beispiel. Und jetzt kann man Fenster auch hin und her schieben und so weiter und so fort. Und das hat halt den Vorteil, dass man sehr effizient mit der Tastatur seine Fenster verwalten kann und sich sehr gut seinen Bildschirm aufteilen. Also beispielsweise, ich habe hier gerade Firefox offen, ich könnte jetzt hier nebendran kurz mal ein Hardtop laufen lassen und wäre um, was weiß ich, auf einem Server die Prozesse anzuschauen, die gerade laufen und unten drunter dann, keine Ahnung, irgendwas anderes machen oder einen Texteditor öffnen. G-Edit zum Beispiel. Ja, wenn der jetzt das nicht hier geöffnet hätte. Sagen wir mal... Ach, wie auch immer. Und es gibt auch gleich fertig eingebaute Arbeitsflächen. Also dieser Window Manager i3, der basiert von der Bedienung her auf der Windows-Taste, beziehungsweise dem Modifier-Key, den kann man festlegen, entweder auf die Windows-Taste oder auf die Alt-Taste. Ich habe die Windows-Taste genommen. Wie man hier unten sieht, gibt es Arbeitsflächen, die kann man anklicken, wenn man möchte, aber man kann eben auch mit Windows-Taste und der Zahl dahin switchen. Dann kann man mit Windows-Enter ein Terminal-Fenster öffnen. ist vermutlich die häufigste Funktion, die man benötigt. Mit Windows-Taste und Pfeiltasten kann man zwischen Fenstern wechseln. Also so. Mit Windows-Shift-Pfeiltaste kann man ein Fenster verschieben. Mit Windows-Shift-Arbeitsfläche kann man ein Fenster auf eine Arbeitsfläche verschieben. Also jetzt zum Beispiel auf die dritte Arbeitsfläche, jetzt ist es auf der dritten, jetzt auf die zweite, jetzt ist es auf der zweiten und so weiter. Mit Windows-Shift-Q kann man ein Fenster beenden. Und was I3 auch noch recht besonders macht, ist, dass es so eine Tree-Struktur hat. Man sieht hier, dass diese Linie hier ein bisschen dicker ist als die anderen Linien. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt ein neues Fenster öffne, dass es dann unten drunter geöffnet wird. Und so weiter und so fort, genau. Momentan ist das an der Stelle hier oben. Wenn ich jetzt aber Windows-Taste H drücke, dann sieht man, dass das hier hingerutscht ist. Und ich kann es horizontal aufteilen. Also H für horizontal. Dann kann ich wieder V drücken für vertikal. Und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht sehr sinnvoll, was ich hier gerade mache, aber gut. Also kann man mit Windows-H und Windows-V zwischen diesen beiden Modi switchen. Was es dann auch noch gibt, wenn ich gerade noch wüsste, wie man das richtig auswählt, ist ein Tab-Mode. Äh, genau. Das sieht so aus. Und einen gestapelten Modus. Und mit, äh, also die ganzen Tastenkombinationen, die kann man sich jetzt eh nicht merken, wenn ich die sage. Die muss man, die muss man einfach nachschauen. Und man kann sich da recht komplexe Sachen zusammenbasteln. In dem, äh, Ordner.i3, also Home-Ordner.i3, gibt es eine Datei, äh, Config. Und da kann man die ganzen Sachen einstellen. Dazu geht man am besten auf die Webseite. Das ist www.i3wm.org, also für i3 Window Manager. Und dort gibt es unter Docs und User's Guide eine sehr genaue Anleitung, wie man die ganzen Elemente bedient. Und das gibt auf der Seite, glaube ich, auch Links zu, ähm, Links zu Videos. Genau, hier. Screencasts. Hier zum Beispiel ein Google Tech Talk über i3. Ähm, was sehr nützlich ist, ist, äh, sich neben i3 auch i3 Status zu installieren. Das sorgt dafür, dass hier unten der Status angezeigt wird, wie Uhrzeit, Datum, äh, Akkuladestatus, wenn man, äh, einen Laptop hat. Ähm, IP-Adresse theoretisch ist jetzt momentan nicht gegeben, weil ich per Network Manager verbunden bin. Äh, das ist sehr praktisch. Und was man auch ziemlich sicher haben möchte, ist, ähm, das D-Menu. Das Paket heißt D-Menu. Und wenn, wenn man Windows-Taste D drückt, kann man den Namen von einem Programm eingeben, zum Beispiel Firefox. Und es öffnet dieses Programm. Oder jetzt, ähm, ja. Ähm, was ich dann, was, was man beachten muss, ist, wenn man jetzt, äh, zum Beispiel Gnome nebenbei installiert hat und Nautilus als, äh, Dateimanager öffnet, dann versucht der einen Schreibtisch zu erstellen, den man auch so einfach nicht wieder, äh, beenden kann. Deswegen empfiehlt es sich, entweder herauszufinden, wie man das abschaltet, oder, ähm, man benutzt einfach einen anderen Dateimanager, wie zum Beispiel PC-Man.fm. Der hat auch den Vorteil, dass es halt, äh, deutlich, ähm, leichtgewichtiger ist. Ja, hier sieht man jetzt mal, hat man mal ein bisschen Einblick in die Ordner, die ich hier so rumliegen habe. Na gut. Ähm, ja, was gibt es zusammenfassend noch zu sagen? Äh, also die, die Pakete heißen i3-WM meistens und i3-Status und D-Menu. Ähm, ich, ich glaube unter Debian und Ubuntu heißen sie genauso und ich bin jetzt unter Arch. Äh, nützliche Programme sind, äh, PC-Man.fm als Dateimanager, FEH für den Desktop-Hintergrund. Also, dies, das hier, das, normalerweise ist das schwarz, aber man kann in die i3-Config sich, äh, diesen Befehl reinmachen. Also, oder ein, ein Skript mit dem Befehl, also hier ist der jetzt der Dateiname von der Datei, die man als Hintergrund haben möchte, und dann wird das als Hintergrund genommen. Und was auch ganz praktisch ist, ist das Tools-Grod für, äh, Screenshots. Die Konfigurationsdatei, wie gesagt, hier und hier noch ein paar weitere Infos. Ähm, ja, ich, äh, ich glaube, das gibt einen recht guten Überblick darüber, was i3 ist. Wenn man mehr wissen will, dann sollte man sich einfach mal die Webseite anschauen oder es einfach mal installieren. Äh, starten tut man i3, wenn man, äh, äh, ähm, wie heißt's, ein Display-Manager installiert hat, sowas wie GDM, LightDM oder KDM. Äh, also wenn man auf Ubuntu ist, zum Beispiel LightDM, dann reicht es, das, äh, i3-Paket zu installieren und einfach, ähm, i3 auszuwählen beim Einloggen. Ansonsten muss man halt, äh, die xinitrc bearbeiten. Ähm, wie im Blatt xinitrc. Und zwar muss dann drinstehen zxkbmap.de, um das deutsche Keyboard-Layout zu setzen. Also es kann natürlich auch was anderes sein, wenn man ein anderes Keyboard-Layout benutzt und danach exec i3. Danach kann man von der Kommandozeile aus mit start x, ähm, den x-Server mit i3 starten. Das gilt aber nur für diejenigen, die, äh, nicht einen Display-Manager verwenden. Und, äh, ja, das war's eigentlich soweit. Dann verabschiede ich mich wieder und ich hoffe, äh, ich hab jetzt einige Leute animiert, sich mal i3 anzuschauen. Ich nehm übrigens grad mit Kazam auf. Nur so nebenbei. Okay, ciao.